Muss man auch ein risikoreiches Anspiel, schnell und ohne nachdenken, aber eine, die erste Entscheidung treffen und konsequent durchmachen. Schön! Endlich mal! Da hat der Brelzic komplett das Nachmittagsschläfchen verlängert. Auch hier jetzt so eine Aktion und das sieht alles anders aus. Ja bitte. Schweteln für drei. Ja! Ja! Schweteln für drei. Deutschland mit sechs Auszeichen. Schweteln, nochmal für drei. Nochmal für drei. Der Knoten ist geplatzt. Ich habe es mir so gewünscht bei seinem einfachen Korbleger. Schafatik. Novitsky. Schwetek für drei. Noch einen, noch einen. Noch einen, noch einen, noch einen. Ratatatatatatata. Noch einen. Schwetek. Yes. Vier für vier. Philipp Schwetek. Und das ist ganz wichtig. Das ist noch nicht die Entscheidung, aber es ist viel, viel wert.